Ungeheuer guten Tag mit euch und willkommen zur nächsten Folge der Minecraft Ender Games Serie. Es geht in einer Sekunde los. Wir haben das Kit Angsthase und hier ist die Abstimmung. 39%, was ziemlich viel ist, haben sich für den Angsthasen entschieden. Okay, da vorne ist schon einer. Oh, wir waren auf einmal so schnell. Der konnte ja nichts machen. Dann kriege ich nichts mehr auf die Reihe. Ich glaube, dann kriege ich es mit der Angst zu tun. Genau, Peter. Oh! Oh nein, runtergefallen. Mann! Alter, regt mich das auf. Hallo du, hallo du da. Warum rennst du in die Richtung? Warst du da schon? Nö. Juckt ihn aber auch nicht. Ich sitze den ganzen Tag an meinem PC, überbringe da meine ganze Zeit und dachte mir einfach, ich möchte mir mal... Oh, was ist das denn für ein Flyhacker? Oder was war das? Habt ihr das gesehen? Er ist einfach wieder da raufgeflogen, weil es da runtergefallen ist. Okay, der Typ da... Oh Gott, das war knapp. Hätte der mich nämlich jetzt zuerst nochmal getroffen. In Afrika, warum waren Kinder und du willst ihn doch an dem PC? Alter, da kriege ich zu viel, ey. Das denke ich manchmal echt. Also es waren natürlich nur... Es waren natürlich wieder wenige, aber über solche Leute... Also natürlich viele haben auch geschrieben, ja cool, dass du ihn vorstellst und bla und bla. Okay, wenn ich jetzt aber hier runterspringe, sodass ich Falschaden bekomme... Dann kriege ich Speed und dann... Warum kann er so schnell laufen? Ist ja auch ein Angsthase. Oh, er hat einen Goldapfel gegessen. Ich hab keinen Speed mehr. Aber jetzt hab ich wieder Speed, weil ich geschlagen wurde. Ah. Ah, crazy. Okay, das ist echt schon krass in dem Kampf. Das ist echt schon richtig krass in dem Kampf. Nein, ich hab mich verbrannt. Ich hab mich selbst verbrannt. Was war das? Gigi. Spiel vorbei. Dritter, der Kampf am Ende. Alle drei boxen sich gegeneinander. Und ich weiß nicht, hab ich die Lava gesetzt oder hat der andere Lava gesetzt? Ich wollte eigentlich einen Heiltrank werfen. Und das Spiel war das Kate Wizard. Das hat bei euch in der Abstimmung gewonnen. Mit 42% gegen den Eisenruhen, Berserker und Yeti. Er ist im Wasser. Er ist mein erster Schadenstrank. Bam. Der nächste geht ins Wasser. Kriegt den nächsten Schadenstrank. Bam. Bam. Auch down. Jetzt kommt wieder der nächste. Kriegt auch einen Schadenstrank. Und noch einen. Und dann kommt der... Komm an. Nein. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich hatte ja gar keine Rüstung an. Ich hab nur Schuhe angezogen. Ich vollidiot. Mann. Aber ihr habt gesehen, wie stark diese Tränke sind. Aber ich bin so dumm. Oh. Da ist schon einer. Nein. Nein. Jetzt ist jemand bei uns. Oh nein. Oh nein. Trank des Schadens. Er backt den Boden. Aber ich hab ihn gekillt. Durch die Tränke des Schadens. Und ich wurde direkt geportet. Na toll. Jetzt konnte ich die ganze Rüstung nicht aufsammeln. Aber ist egal. Habt ihr es gesehen. Die Tränke, die haben uns das Leben gerettet. Wir nutzen uns eigentlich lieber als Spinnennetz. Ach so. Ich hab mein Schwert weggeworfen. Simon, bist du denn total... Und ich bin vom Server geflogen. So, nachdem ich einfach aus der Runde geflogen bin, hab ich die Runde etwas zusammengeschnitten. Ihr habt wahrscheinlich nur ein paar Szenen davon gesehen. Binne. Ne, unten unter mir. Oh, was ging denn hier ab? Auf einmal war ich in der Zwischendimension gefangen. Hallo. Trank der Schwäche. Er ist ein verdammtes Känguru. Er hat ein Versammelschwert. Oh, ich hab ihn aber gekillt. War ich da jetzt. Jetzt nochmal die Verzauberungsbox hier aufstellen. Wer kennt sie nicht? Die Verzauberungsbox. Zack. Perfekt. Nochmal die Brust. Alter, jetzt langsam eskaliert es komplett. Erstmal noch einen Apfel essen. Wum, wum, wum. Alter, der Speedtrank ist ja ultra. Ja, runter wird hier Pferd. Oh, ich hab das Pferd sogar rübergeworfen. Pam. Und Pam. Oh, Junge. Ich hab einen Trank der Langsamkeit geworfen. Hoffentlich hat das Ding getroffen. Dahinten wird der Zell reportet. Okay, ich hab immer noch den Speedtrank. Der Speedtrank ist so stark. Oh, er hat aber auch richtig krasse Sachen. Oh, ich hab ihn aber erwischt. Alter, war ein guter Gegner. Heute spielen wir das Kid Link. Es wurden insgesamt 25.000 Stimmen abgegeben. Und von den 25.000 Stimmen wurden 13.000 an das Link-Kit abgegeben. Das sind, ja, über 50%. Ja, besser als Eisenschwert, als, äh, besser als Eisenschwert, als, ja, nicht. Gute Logik. Wird heute auch noch ein Vlog kommen. Ähm. Oh, da ist Manu. Alter, hast du mich erschrocken. Alter, hast du mich gerade erschrocken. Warum? Ja, weil ich aufnehme gerade. Und ich hab nicht mehr damit gerechnet, dass du, dass du, ich hab nicht mehr damit gerechnet, dass du jetzt wiederkommst. Wie, wann bist du denn? Ich hab gerade angefangen. Achso. Ich hab... Mann, wie spät fängst du denn an? Ja, ich hab gerade erst angefangen. Oh, da ist jemand direkt bei mir. Scheiße, wird erst auch sterben. Der haut, der haut mich tot. Oh, nee, da ist noch einer von der anderen Seite. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr ihn jetzt gut hört. Ich weiß nicht, ob die Lautstärke... Oh, der hat einen Bogen. Boah, gut, dass ich den Goldapfel gegessen habe. Alter, ich bin, ich bin tot. Nein. Okay. Ja, Mann und ich haben eben ein bisschen gequatscht. Und... Ist da laut. Geht bei dir ab. Und dann... Wie, eineinhalb volle Leisten? Nein, nein, da ist jemand bei mir. Und ich bin gestorben. Oh, der Typ, den schaff ich. Nein. Nein. Ich hab eine Enderperle geworfen. Nein, nein. Der darf mich nicht treffen. Nein. Alter, ich hab überlebt. Ich hab überlebt. Also, ich glaube, hier gibt es gerade eine Zombie-Apokalypse. Ja, so wie es bei dir sich anhört, ja. Ja, der ist full dia. Wie fein hab ich? Oh, ich hab genug. Aber der ist full dia. Ich glaub, dann geh ich noch ein bisschen in Rückzug. Weil ich hab nur einen ganz kleinen Vorteil vor ihm jetzt. Ich weiß ja nicht, was für ein Kind er hat. Vielleicht hat er auch einen Kind, was irgendeinen starken Vorteil hat. Aber ich hab nur einen kleinen Vorteil mit... Oh. Na gut, ich werf den Trank erstmal weg. Nein. Simon, du bist immer so dumm. Egal, was du machst, du bist dumm. Aber er hat, glaube ich, keine Chance. Weil ich hab ihn besser getroffen. Und ich hab ja Resistance. Wobei, er hielt richtig stark. Aber ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. GG. Ja, auf jeden Fall gut gehtet. Aber ich hatte halt Resistance 2. Und das macht halt richtig viel aus. Und er hatte mehr Herzen insgesamt. Ja. Hat am Ende auf jeden Fall... Dann... Er hat richtig starkes Secret gehabt. Er hat auf jeden Fall 2 Dia-Teile mehr. Das macht richtig viel aus. Gut. Haut rein, euch was gefallen hat. Das Naum ist ja auch oben da. Ciao. Tschüss.